Hallo, das ist Dusselchen hier! Das ist ein Trainer-Fan-Club. Das ist schön. Brock, the last word on cool end of story. Now the guy who I want to be like... Okay, du willst bist Rocco-Fan? Du bist Trainer-Fan? Das ist schön! Ihr seid alle Fans von irgendwas. Ich wollte Kampi eigentlich heilen, die letztes Mal. Das ist schön! Das ist sehr schön. Das ist amazing. Yay! Kampi, willst du das nicht? Die bei Helllord überlassen. So. So, Kampi-Konfi! Yay! Konfi! Yay! Konfi! Yay! Okay, iiih! Jetzt ist es weiblich, oder was? Auf einmal. Ich dachte, das hat kein Geschlecht. Oh, ein Schui! Kampi-Konfi! Mann, ich kann mir jetzt eins aus... ... ... ... ... ... ... Ich will das, das sieht süßer aus. Das sieht süßer aus. Süßer! Aber ich möchte es nicht dabei haben. ... 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 Okay, was muss ich jetzt machen? Ah. Mann, da rufst du dir da. Nimmst da Psyk's Haus. Wait, don't say one. Ja, das ist schön. Ah, genau, hier ran. Cisco. Ach, das ist der Aufzug für die Treppe. Die Musik ist geil. Hallo. Ich glaube, er hat sich erschrocken. Kampi, killt alles. Er sagt immer, hello, der overpowered. Jetzt kämpfe ich mir nicht mit Kampi. So, da habt ihr's. Ähm, ich kann die meiste Sprüche nicht mehr bringen, ohne an was anderes zu denken. Das ist unschön. So, da habt ihr's, bla bla bla. Oh, guck mal, Kampi. Und darf seinesgleichen killen. Das ist schön, nicht? Der Dächtkirch auch. Oh, der Dächtkirch auch. Oh, der Dächtkirch auch. Ja, ich weiß. Ich triggert total. Yay, alle tot. Okay, gibt's hinten noch was? Nö. Nö. Okay, dann nehmen wir den Stockfleck. Zwei. Yay. Konfusion. Yay. Kampi, du killst alles. Du bist toll, du bist toll. Wusstet ihr, dass ich als kleines Kind, die blaue... Wow. Ja. Er braucht schon Feuer. Wasser. Wasser, man. Ja, er hat. Wusstet ihr, dass ich als kleines Kind... Ähm, wie heißt... Kampi, geht nicht mal heilen. Oh, komm schon. Dussel, denk nach, denk nach. Streng nach den Hirn an. Streng nach den Hirn an. Nein, nein, nein. Dass ich als kleines Kind nicht wusste, wie man Pokémon fängt. Und dass ich deswegen am Ende nur mit einem Level... Knapp Level 80, 90 Glurak in der Pokémon-Liga stand. Und nie weiter als bis zur Top... Zu dem... Doch, ich hab die Top... Bei Siegfried bin ich mal verreckt. So. Jetzt aber. Ich fand's interessant. Also, ich fand's nicht schlimm. Weil ich dachte... Ich weiß nicht. Ich war einfach nur doof. Und ich war klein. Und ich bin Dussel. Das erklärt natürlich einfach alles richtig. Wiggle! Wiggle! Momaji! Pichoni! Hier kann man auch nicht weiter. Das ist schön. Umia! Oh. Das ist nicht schön. Boah. Das war uncool. Boah. Alter! Mein... Mein... Wir haben mein Tucho gekillt. Boah, die Schweine! Ich bewerf sie mit Fisch. Ja, ich bewerf sie mit Fischen. Ich war so mein. Warum bewerf sie mit Fischen? Ach ja, das ist um Runde. Da könnten Fische drin sein. Yay! Hallo. Hallo! Hallo! Hä? Ah! Oh mein Gott! Ich kämpfe mir! Kane! Was geht? Alle Nudeln. Alle Nudeln. Hallo, Parsi! Oh, fuck. Tut hier überhaupt irgendwas mit? Das ist schön. Ähm. La, 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 la. Für was anderes braucht man die auch nicht. Okay, was steht hier? It's a Pokémon report. Pokémon lab created. Porygon, la, la. Wir haben Pokémon, die von Menschen hergestellt wurden. Die tut mir leid. Oh, guck mal, sie hat eine Bock in der Hand. Ja, das ist schön, dass du mir wehtust. Aber wie viele Kurken, was hat der? Die tut mir weh. Das ist uncool. Ich weiß nicht, was steht auf mich mal auf Zübelle oder sowas. Okay, tot. Oh! Kampi entwickelt sich! Geil! Kampi entwickelt sich! Oh, jetzt ist kein Kampi mehr. Das ist aber schade. Ich will nicht hier hinten hin. Kampi! 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 Yay! Konfusion! Yay! Okay, ich hab ne Idee. Wenn Kampi jetzt sich entwickelt hat, dann switch mal mit Tamatcha. Da entwickelt sich das vielleicht auch irgendwann noch. Hallo, du da. Pfund, ja. Pfund macht alles platt. Das ist schön. Was? Das war jetzt unschön. Zoe? Machst du mal... Jetzt kommt Halo drin, oder? Ja, das ist jetzt unschön. Na komm, Halo. Kill kurz alles. Nee, runter. Die anderen heilen. Ein Patchouli. Das ist niedlich. Unschön. Wenn ich jetzt noch was zu welchem Stoppwerk wir wären. F6, okay. Damit ich das gleich wieder weiß. Wie ich da hoch kann. Und wie der Pokémon killen kann. Okay, ich halte die Klappe auf. Entschuldigung. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Mir geht's gut. F6. Yeah. Nein. Das ist der größte Fail, den ich gesehen habe. Gott, ich bin am Fail. Die Licht habe ich. Ach komm, die Tür machen wir jetzt schon auf. Yeah, ich hab was gefunden. Yeah, ich hab was gefunden. Und jetzt gehen wir einen Stockberg höher. Höher. Und jetzt gehen wir die Steam Rocket mitlesen. Wisst ihr was? Wir lesen das hier. Zipko. Hö, hö. Und wir kämpfen alles gegen ihn, wenn wir treten in den Schatten. In der nächsten Folge auf jeden Fall. Bis dann. Ciao.